Weil es ist schon fast unaushaltbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich den essen kann. Sag das doch bitte vorher. Tut so weh beim Schlucken. Guten Morgen, oder eher gesagt Mittag. Es ist nämlich schon 15 Uhr. Wir sind erst vor einer Stunde aufgestanden, also um 14 Uhr. Und Hela, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich echt ganz gut. Also ich brauch immer viel Schlaf, aber dann geht's mir eigentlich gut. Ja, sie macht jetzt hier gerade Pfannkuchen. Ich hab eben schon wieder meinen Bananenmix getrunken, weil ich halt nichts anderes runterkriege. Ich hab so krasse Schluckschmerzen, also Schmerzen beim Schlucken. Du hast eigentlich Hunger? Du isst halt nicht. Ich hab auch nicht so Appetit. Es tut halt auch einfach richtig weh, sobald ich halt schlucke, sodass ich halt jetzt gerade hier schon einen Arzt anrufe, weil ich kann nicht mal meinen eigenen Speichel runterschlucken, ohne dass es komplett weh tut. Ich versuch jetzt, ja, mir ärztliche Unterstützung zu holen, weil es ist schon fast unaushaltbar. Also schlimm, wirklich. Wenn diese Halsschmerzen weg werden oder diese Schluckbeschwerden, dann wär alles gut, also dann wird's mir auch gut gehen. Aber das ist gerade so schlimm, wirklich. Ich wünsch es keinem. 2.000 Jahre später. Leute, ich hänge hier seit Stunden in der Warteschleife. Ich glaube, ich leg jetzt auf. Ich hab jetzt aufgelegt. Ich nehm lieber Niibuprofen gleich, damit die Schmerzen ein bisschen weniger werden und ruf dann morgen früh nochmal bei meinem Hausarzt an, weil heute ist ja Mittwoch. Da haben die Hausärzte ja nur bis 12 Uhr offen. Da kann man halt kein mehr erreichen. Deswegen hab ich schon bei so einer allgemeinen ärztlichen Nummer angerufen, aber naja. Ich hab dann auch so ein Raffenserum. Echt? Weißt du noch, als ich diesen ganzen Hals auch so vorher hatte, als wir bei Julia, wenn ich einen Film drehen war? Ja, dann gib mir das bitte. Kommst du ja früh drauf? Vielleicht hilft das ja. Hier, also einmal Ibuprofen. Ja. Und einmal das hier. Seid perfekt für den Rachen. Ich weiß nicht. Okay. Zur Anwendung im Mund und Rachen drauf. Ich kann das sonst auch einsprühen. Ich lese mir erstmal die Bedienungsanleitung durch, wie es hier auch aussieht. Ey, hier sieht es so richtig nach krank aus. Fünfmal täglich sechs Sprühstöße in den Rachen. Hella, kannst du das machen? Du hast das ja schon mal gemacht. So sieht das aus. Ja, genau. Äh? Was hast du denn mit so einer Zunge so krank? Ach so, weil ich eben so einen Lutschbonbon hatte. Ich dachte auch gerade, was ist denn bei der Zunge los? Das war ich jetzt mal. Oh Mann, ey. Das ist wirklich unangenehm. Du bist auch noch krank. Oh Mann, Hella, ey. Und was hast du mir nur eingeschleppt hier? Oh Mann, mir geht es zum Glück eigentlich wieder mega gut. Aber das mit diesen Schluckbeschwerden, das ist richtig schlimm. Das hatte ich ja auch. Das hatte ich auch. Und das hat eigentlich mega gut geholfen, aber hat halt wirklich drei, vier Tage gedauert dann. Bravo. Ich habe schon zwei Tage hinter mir. Ach, ist das schlimm, ey. Handkuchen ist fertig. Ja, ich weiß nicht, ob ich den essen kann. Oh. Oh nee, ich glaube, ich kann das nicht essen. Ich habe auch irgendwie keinen Hunger. Warum habe ich dir denn jetzt einen Lütz gemacht? Hella, vielleicht später. Ich esse ihn dann später. Ich weiß auch nicht. Es tut nur, ich habe schon weh beim Anblick. Tom, so geht es langsam echt nicht mehr weiter mit dir. Was willst du? Du kannst hier nicht die ganze Zeit liegen, das gleiche T-Shirt tragen, Ich bin krank. nichts essen, seit drei Tagen und dann, nee, das geht so nicht mehr. Dein Bart musst du auch rasieren. Du siehst aus. Ich kann halt nicht. Ich habe auch seit drei Tagen nicht mehr geduscht, Hella. Und ich habe auch seit zwei Tagen keine Zähne mehr geputzt. Oh mein Gott. Das ist so eklig. Ich glaube, es ist Zeit, das T-Shirt zu wechseln. Ja. Nach drei Tagen. Und was zu essen vielleicht. Nee, das geht nicht. Das tut zu viel. Tom, es geht nicht mehr. Du musst zunehmen. Wenn ich krank bin, doch nicht. Hella, das Einzige, was ich jetzt machen kann, was nicht wehtut, ist mich rasieren und T-Shirt zu wechseln und Zähne zu putzen. Dann mach das auch mal bitte. So, ich bin jetzt nach oben gegangen und ich werde mich jetzt rasieren, vielleicht auch noch duschen und mir ein frisches T-Shirt anziehen und vor allen Dingen Zähne putzen. Also, merkt euch mein Look, denn der wird jetzt anders sein. Und zack, schon bin ich geduscht, rasiert, Zähne geputzt und ich fühle mich echt viel, viel besser. Also fresher und irgendwie. Man fühlt sich auch einfach krank, also noch kranker, wenn man sich auch selber so macht. Also, ich bin auch krank, aber wenn man halt auch sich nicht um sich selber kümmert. Ja, Hella macht sich in der Zwischenzeit eben fertig. Wir wollen nämlich gleich Quarantäne-Tik-Tok 3 drehen. Findest du, ich kann so gehen? Ja, super. Heute ist aber nicht Hallorien, Hella. Das weißt du, ne? Ich hab jetzt übrigens meinen Vater losgeschickt, dass er mir oder uns eine Suppe holt und Bananen, damit ich morgen auch wieder Bananenmix machen kann und was zu essen habe. Und er hat richtig leckere Erdbeeren auch noch mitgebracht. Er war schon da? Ja. Ach so. Ja. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, dann muss ich jetzt erst mal gucken, weil ich war ja duschen gerade. Oh Mann. Oh, Leute, das ist ja mal so nice. Also Weintrauben haben wir zwar genug, aber noch richtig leckere Erdbeeren. Omas Hühnersuppe, nochmal Omas Hühnersuppe, Bananen und Spargelsuppe. Wie nice. Vielen Dank, Papa. Da freut man sich doch wieder, wenn man so eine tolle Familie und Freunde hat, die einen immer in jeder Lebenslage unterstützen und auch in größter Not da sind. Ne? Ja. Oder? Mhm. Und Hella, ich hab ja die ganze Zeit von so einem Spiel gesprochen und das werden wir jetzt gleich spielen. Boah, ich freu mich hier endlich. Es ist eine Action in die Bude um 15 Uhr. Ne. Es ist 17 Uhr. Ja. Wir sind erst seit zwei Stunden wach. Ja. Hier ist das nämlich. Und ja, Leute, das hab ich während Hella weg war bestellt und vielleicht erkennst du schon, worum es dabei geht. Hä, wie cool. Schlägt der dem anderen ins Gesicht? Das ist so eine Hand und da macht man Sahne drauf und da muss man die Knöpfe drücken und wenn man Pech hat, kriegt man die Sahne ins Gesicht. Als wenn. Ja. Tom, ich mach mich jetzt fertig. Sag das doch bitte vorher. Endlich kann ich auch mal wieder was Vernünftiges essen. Die leckere Suppe, die mein Vater eben vorbeigebracht hat. Mh. Schokozitrone. Was? Die schmeckt richtig gut. Was für Schokozitrone? Kennst du diesen Trend nicht? Nein. Bei TikTok? Nein. Doch, das machen die doch immer so. Wir haben übrigens eben TikTok Nummer 3 gedreht. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Und nein, den kenn ich nicht, den Trend. Kopf geht zur Seite. Es tut so weh beim Schlucken. Oh Mann, ey. Schlimmer geht's halt nicht. Ich glaube, das muss erst mal sich daran gewöhnen. Weißt du, wenn du die ganze Zeit weiter isst, dann wird das halt besser. Ein paar Sekunden später. Hella, ich hab uns hier was aufgebaut. Wir können jetzt endlich das Spiel spielen. Ich will das nicht spielen. Wie? Du willst das nicht spielen? Also, wenn ich das Spiel dann möchte ich die Sahne nicht in mein Gesicht kriegen. Ja, dann musst du halt gewinnen. Jetzt komm. Steck mal dein Gesicht durch. Okay, also folgendes. Wir gucken jetzt ein Video an. Da muss man Marken erraten. Ah, okay. Hast du verstanden? Ah, ja. Komm, ich bin richtig schlecht bei solchen Spielen, wo man sowas erraten muss. Ist doch egal. Dann darfst du wenigstens ein bisschen Sahne essen. Dann probieren wir mal. Sahne essen? Die ist voll schlecht. Nee, die ist sogar noch... Nee, die ist schlecht. Das stimmt. Also, ich habe uns jetzt hier so ein Video rausgesucht. Das heißt, schaffst du es, diese Marken zu erraten? Und dann werden da immer so Bilder angezeigt und wir müssen daraus schließen, welche Marke das ist. Wer halt zuerst das erredet, der darf halt drücken. Beim ersten, wenn man es das erste Mal richtig geraten hat. Einmal drücken, dann zweimal, dann dreimal, immer einmal mehr als vorher. Aber dann müssen wir mal auf Stop kurz drücken, weil ich kann sowas nicht so schnell. Dann drücken wir mal auf Stop. Jedes Mal darf man einmal mehr drücken, weil sonst kommen wir nie zum Ende. Dann, let's go, würde ich sagen. Auf die Plätze, fertig und los. Welche Marke ist das? Tom mit dem Buch. Facebook, Facebook. Facebook, ich war zuerst. Okay. Ach, ich verliere, weißt du was? Du so Tom mit einem Buch. Okay. Blackberry. Was? Stimmt. Was ist das für eine Marke, Ella? Weißt du das? Keine Ahnung. Weißt du es nicht? Nein. Das ist glaube ich eine Handy-Marke, oder? Blackberry? In der nächsten Runde dürfen wir zweimal drücken. Okay, weiter geht's. Äh, Lacrosse. Lacrosse. Lacrosse, ja. Nee. Was ist denn mit Schuh? Äh. Crocodile. Es gibt so einfach nur Crocodile. Crocodile-Schuhe. Crocs. 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 Ich sag Crocs. Was sagst du? Ich sag auch Crocs. Nein, da bist du mir zu spät. Ich dachte, ich sag Crocodile-Schuhe. Crocs, ja. Oh Mann. Nein, hat nicht bewegt. Okay. Hä, das sind zweimal. Ja, ich durfte, haben wir doch gesagt. Hä, aber ich durfte ja dann auch zweimal. Nein, beim nächsten Mal. Beim ersten Mal nur einmal, und beim zweiten, wenn du das zweite Mal richtig hast, zweimal. Und beim nächsten Mal, ich darf jetzt schon dreimal, zwei. Als wenn. Star Money. Starbucks. Oh, Scheiße. Oder? Ja, safe. Starbucks. Ja, Starbucks ist richtig. Okay, ich krieg das jetzt nicht safe. Nee, noch nicht. Noch nicht. Hey, los, tu dein Gesicht her. Eins, zwei. Ah, ich hab gewonnen. Schmeckt's, Hela? Wie findest du das Spiel, Hela? Richtig super. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Nein, das ist noch nicht weg. Noch eine Runde? Ja. Wir können ja auch ein anderes Thema nehmen. Ja, gut. Okay. Also ich muss sagen, irgendwie ist das schon richtig witzig. Ja, jetzt kommt Round 2. Ja, jetzt Revanche, Revanche. Jetzt wird's richtig schwer für mich. Jetzt steh ich dich ab. Wie heißt das nächste? Kinderfilme raten. Ich bin halt so schlecht, ich hab so wenig Kinderfilme geguckt. Okay, dann mal los. Welcher Kinderfilm ist das? Äh. Oh, ah. Kung Fu Panda. Oh Mann, das soll ich sagen. Oh, wie heißt er? Ice Age. Oh ja. Ja. Mann, aber wie ist es an Tiger? Tiger war Ice Age. Das sind immer diese Nashörner, oder? Äh. Hä? Was ist das denn? Indiana Jones. Jakari. Ich sag Indiana Jones und Jakari. Du konntest noch eins sagen. Ich weiß es nicht. Bärenbrüder. Hab ich ja noch nie gehört. Vater, Mutter, Kind. Nein, oh mein Gott. Hä? Ah, Tour in the Half Man? Nee. Nein. Das ist doch keine Kinderfilm. Hä? Was soll das sein? Baby? The Boss Baby? Hä? Ja, doch, das habe ich noch nie gesehen. Lilo und Stitch. Was ist das? Ich kenne keinen von diesen Films. Keine Ahnung, ich glaube, das ist falsch. Ich weiß es nicht. Lilo und Stitch? Ja. Ich glaube, du musst zweimal drücken. Welcher Film ist das? Hä? Grün, blau, rot. Teletubbies? Ja, das sind wahrscheinlich echt Teletubbies. Alter, Hela, du ziehst mir so die Hosen aus. Jetzt komm, jetzt bin ich mal gespannt. Bitte nicht, dann habe ich, glaube ich, verloren. Ach, alles steht Kopf. Gott sei Dank. Ich kenne den auch nicht. Oh, oh, oh. Alice in Wonderland. Nein, wer war? Warst du schneller? Nein, wir sagen, wir haben es beide gemacht. Okay, das war knapp. Mir lag es auch auf der Zunge. Oder wir müssen den Videobeweis einsetzen. Okay, nächster. Oh, ja, ja, äh, Schokoladenfabrik. Ja, aber wie heißt der ganze Film? Billy Monkart. Ergebnis war doch gar nicht da. Wenn, das ist falsch. Leuchte. Wer selbe ist das? Oder? Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich dachte, du hast geschummelt. das ist Billy Monkart. Nein, das sind zwei verschiedene Filme. Könige Lauf. Ja, 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 ich habe das so in die Presse bekommen. Das ist ja richtig witzig. Das war ja so witzig. Ich dachte, wir wären schon fertig. Ich habe den so abgekommen. Das war richtig weh. Aber die Sahne geht eigentlich nicht. Das müssen wir öfters machen. Bei Kinderfilmen habe ich heute keine Chance. Zweite Runde hat mir mehr gefallen. Ja, ist klar. Herzlichen Glückwunsch. 1-1. Das ist ein gutes Ergebnis. Gut, dass wir die Sahne noch nicht weggeschmissen haben. Was war das bitte für eine coole Challenge? Also die werden wir auf jeden Fall öfters machen. Aber jetzt werden wir dieses Video erst mal beenden. Denn heute Nacht werden wir eine 24 Stunden Challenge anfangen. Oder jetzt gleich eher gesagt. Und deswegen werden wir dieses Video jetzt schon beenden. Und morgen seht ihr dann die 24 Stunden Challenge. Also unbedingt einschalten. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, safe. Also bis morgen. Schaut vorbei. Bis morgen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.